Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich habe heute einen Doppelapfel-Review für euch und zwar den Depp Strong von Revoschi, weil der mich krass überzeugt und überrascht hat. Deswegen gucken wir uns das heute mal an. So, bei mir hier auf der ATH Tradi. Früher war es meine Traubepfeife, ich habe es mittlerweile geändert, weil ich dachte, Rot passt irgendwie gut zu Apfel und Traube rauche ich eh in so ziemlich jeder Mischung, also rauche ich auch Traube in so ziemlich jeder Pfeife. Das heißt, ich habe aktuell gar keine Traube-Traddi mehr. Muss ich demnächst vielleicht nochmal ändern, falls ihr geile Tradi-Vorschläge habt, unten in die Kommentare. Die Magnum war auch schon auf Apfel, aber vielleicht noch eine für Traube, könnte ganz nice sein. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr denkt, was die geilsten Traddis im Moment so sind. Aber ATH Tradi, Oblaco L, unglazed, weil ich will auch im Moment noch testen, kann man unglasierte Köpfe wirklich einrauchen, beziehungsweise, wenn man sie einrauchen kann, wie viel verändert das am Geschmack, was verändert das am Geschmack. Das heißt, ich rauche jetzt gerade die ganze Zeit mit dem Oblaco L, unglazed, um dann zu schauen nach, weiß ich nicht, 100, 200, 500 Köpfen, mal eine Traube Minze reinzupacken und mal gucken, ob man immer noch Doppelapfel schmeckt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass Köpfe, wenn überhaupt nur sehr, sehr gering, einrauchbar sind. Aber ich lasse mich überraschen. Trotzdem aber Funnel und Calout schmeckt mir einfach am besten so, wenn ihr das anders machen wollt, sei euch das natürlich gegönnt. Macht das, wie ihr das möchtet. Für mich ist es so am leckersten. So, genug Disclaimer vorneweg. Wir kommen zum Revoschi Dab Strong. Es gibt auch noch einen Dab Light, der angeblich ein klein bisschen weniger Anis haben soll. Ich muss sagen, ich habe den Light nie probiert. Ich bin mit dem Strong vollkommen zufrieden. Und für mich persönlich gibt es gar keinen Grund, den Light zu kaufen. Aber wenn ihr sagt, vielleicht mal bei Doppelapfel reinschnuppern, aber dann eher so nicht so krass Anis. Vielleicht ist der Light eher was für euch. Ich kann es euch nicht sagen. Ich sage euch heute lieber, wie der Dab Strong ist. Tabakqualität ist okay, aber an sich eigentlich kein Wunder oder keine krasse Überraschung. Also wir haben da ein paar kleine Ästchen drin. Der Schnitt ist sehr, sehr angenehm. Das muss man definitiv sagen. Aber da sind so ein paar kleine Ästchen drin und so. Im Endeffekt macht mir das bei dem Tabak ehrlich gesagt nichts aus, weil Geschmack. Also könnte die Tabakqualität besser sein. Wahrscheinlich schmeckt er trotzdem geil. Klären wir gleich. So, wir kommen vorher noch zum Geruch, Leute. Doppelapfel. Das ist kein Apfeltabak. Also ihr dürft nicht erwarten, dass ihr euch einen Doppelapfel kauft. Und das schmeckt einfach nur nach einem süßen, leckeren, fruchtigen Tabak, der nach Apfel schmeckt. Das ist was ganz anderes. Doppelapfel kann man am besten beschreiben, wenn man sagt, das Ding schmeckt nach Anis oder Lakritz zum Beispiel. Also Anis, Lakritz, sehr, sehr ähnlich. Man hat da eine süße, leicht fruchtige Note so im Unterton. Ich würde aber behaupten, dass niemand, der noch nicht geraucht hat, an Doppelapfel zieht und sagt, ah, da ist aber ein Apfel mit drin. Also ich glaube, das würde niemals passieren. Seid euch dessen bewusst, Doppelapfel ist nicht gleich ein Apfeltabak. Doppelapfel ist was ganz Eigenes, was ganz Besonderes. Doppelapfel ist definitiv ein Liebs- oder Lasses-Ding. Es gibt Leute, die lieben ihn und die brauchen dann auch ab und zu einfach mal ihren Doppelapfel. Es gibt Leute, die rauchen fast nur Doppelapfel. Ich persönlich habe immer so meine Doppelapfel-Phasen, wo ich dann krass drauf abgehe. Dann rauche ich mal wieder eine Zeit lang nicht. Aktuell habe ich wieder eine Phase, wo ich drauf abgehe. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die da Einzug von nehmen und dann sagen, Deger, was ist das für eine Scheiße? Gar kein Bock. Müsst ihr selbst für euch herausfinden. Ich denke, die meisten Shisha-Raucher unter euch, die werden schon wissen, ob es denen gefällt oder nicht. So, läuft auf jeden Fall die Kiste. So, der Geruch. Wir riechen mal dran. Das, also Doppelapfel, es ist halt einfach Lakritz. Es ist einfach Anis. Das kann man nicht anders beschreiben. Es ist eine Anisbombe, wenn man da dran riecht. Wir haben aber definitiv noch so fruchtige, süße Noten. Also wenig fruchtige Noten, mehr süße Noten mit dabei. Und das Ganze dann eben full on Anis in die Fresse. Genau so muss Doppelapfel auch sein. Aber genug da dran geschnuppert. Wir kommen zum Geschmack. Also, raucht sehr, sehr angenehm. Nicht nur von der Rauchentwicklung her, sondern auch vom Rauchverhalten her. Wir haben kein Drücken, wir haben kein Kratzen. Das Ding läuft wunderbar. Und das trifft übrigens auf alle Revosi-Tabake zu, die ich bis jetzt probiert habe. Andere Favoriten, ich glaube, ich mache noch ein Top 5 Revosi-Tabak-Video. Weil da fragen immer sehr viele Leute nach, weil Revosi ja relativ neu noch auf dem Markt ist. Kurze Backstory noch zu dem Tabak. Es gibt gerne ein bisschen vor, wenn ihr direkt zum Geschmack kommen wollt. Revosi-Camp, letztes Jahr in der Türkei. Okay, Revosi hat mich eingeladen in die Türkei. Und ich dachte mir, naja, ganz ehrlich, also wenn die mich in die Türkei einladen, da sage ich nicht Nein. Also wer würde da Nein zu sagen? Will ich mal sehen. Ich kannte die Marke vorher nicht. Ich hatte noch keinen Tabak von denen probiert. Ich dachte, komm, fliegst du mal rüber, lässt du dich mal überraschen. Und dann habe ich irgendwann den Doppelapfel probiert. Und holy shit, hat der mich abgeholt. Bis dato war mein Lieblingsdoppelapfel immer der Alfacher. Das war einfach so der Klassiker. Ich finde aber, die Neuauflage von dem Alfacher wurde so ein bisschen mehr Mainstream. Die wurde ein bisschen weniger stark. Die wurde ein bisschen weniger krass von dieser Anisnote. Und dann habe ich den Depstrong von Revosi probiert. Und der war praktisch der alte Alfacher plus noch eine kleine Schippe obendrauf. Und das hat mich komplett weggeschmettert, weil ich niemals gedacht hätte, dass irgendwann mal ein Doppelapfel rauskommt, den ich mehr mag als den Alfacher. Der Revosi hat es geschafft. Und das von der Marke, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, und so wird beim Geschmack, wir haben einen krassen Doppelapfel. Wir haben eine dicke, dicke, dicke Anisnote am Start, die full on dabei ist. David hatte letztens in der Story gesagt, kommt im Meerlochkopf noch krasser rüber. Will ich auf jeden Fall demnächst nochmal testen. Bei mir, Leute, ihr wisst, ich rauche einfach gerne Pfannen. Aber ich werde es auf jeden Fall auch nochmal in einem Meerlochkopf testen. Also David meinte, in einem Meerlochkopf kommt die Anisnote noch krasser rüber. Ich finde, die Anisnote kommt aber auch schon im Pfannen sehr gut rüber. Man hat auch, wenn man diesen Tabak raucht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ich einen guten, starken Doppelapfel rauche, dann fühlt sich das immer so ein kleines bisschen an, als würde meine Zungenspitze vorne taub werden. Und das habe ich dann bei dem neuen Alfacher vermisst. Und der Revosi hat das wieder voll am Start. Also, dicke Anisnote, schöne, süße Note, ganz leichte, fruchtige Noten im Hintergrund. Aber es ist einfach ein Gedicht an Doppelapfel. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das Ding findet. Habt ihr ihn schon probiert? Lasst mir unten einen Kommentar da. Wenn euch die Videos fallen, sehr, sehr gerne ein Abo dalassen. Das unterstützt den Channel enorm. Oder auch einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG. Eure Shisha WG.